vielleicht wirklich ausgemustert und dann für gewisse spielchen könnte ja sein das ist wirklich möglichst lust land wohnhalle das klingt ja sehr interessant ich also spannende räume mit so einigen sachen im halt prostituierte und ausstiegsberatung für mädchen und junge frauen guten morgen malz oder guten abend je nachdem man dies gerade seht und herzlich willkommen zu urbex stories ja sind ja eine location wo ich schon sehr viele bilder von gesehen habe wir verraten euch jetzt noch nicht direkt was es ist wir finden uns hier auf jeden fall gerade in der garage dieser location der luca ist auch mit von der partie und stefan der cross ja auch schon irgendwo rum wir natürlich beide wie immer in der video beschreibung verlinkt und ja gut sagen wir legen mal los seid gespannt mit diesem neuen video da wir ja sagten wir finden uns in der garage sind hier natürlich diesen alten fort stehen auf jeden fall schon einige jahre auf dem buckel und er steht auch schon eine weile hier das sieht man ziemlich deutlich hier drin aber eine bildzeitung im prinzip für north place sieht dieser wagen eigentlich noch relativ unausgeschlachtet aus sehr schön schon mal und ohlala das war diese stiefelchen an tiger woll decke was haben wir da arbeitsschuhe ok jeden fall sieht es jetzt ziemlich keller mäßig aus würde ich sagen die liegt alles möglich herum nicht viel zeigbares also gehen wir einfach mal weiter würde ich sagen hier unten wo sich diese umrisse befinden von ort der mir jetzt gerade nichts sagt steht hier 24 stunden passage 24 stunden club angeblich ab 45 euro oder 45 minuten 135 euro so ungefähr um was es sich hier handelt sagen wir noch nicht ich glaube ich habe alles schon denken aber wir füllen mal weiter besser wird es hier nicht hier steht dasselbe fast noch mal alle in deutschland vertretenen preisklassen nicht immer bei allen frauen frauen unterschiedlich seriös zu sehen auch weitere kellerräume ziemlich viele große ist die kleine waschkeller mit waschmaschine trockener und mangel und ich glaube hier geht es allmählich in den hauptbereich würde ich fast sagen ganz schön krasser gewölbe keller hier diese technik an und diese alten sicherungen das ist ja wirklich mega heftig das ist doch so ein drucker oder so ich hätte jetzt auch 3d drucker gesagt aber sie hier unten gegenüber so abfallreste das ist ein schredder aber was für einer also dieser klarbereich sieht auf jeden fall ausgebaut aus würde ich sagen und hat diese mauersteine hier wir haben auf jeden fall eine lüftungsanlage drin hier oben an der decke leuchtstoffröhren und der grill hatte hier bestimmt nichts verloren das sieht aus als wäre das auf jeden fall mal irgendwas gewesen dieser keller ist wirklich ganz schön groß hier sieht es auch aus als wäre das hier ein ausgebauter der bereich hier steht so ein kamin hier wird es irgendwie es scheint in ein lager steht alle möglichen sesseln und stühle aufeinander geschmissen hier steht kein getränke ausschank die aufsichtsperson kann ihnen gestatten sich und ihren freunden getränke selbst mitzubringen die anscheinend auf jeden fall keine ausschanklizenz hier wie geil ist das denn okay ich glaube nicole hat irgendwas entdeckt das gucken wir uns das jetzt sehr heiß würde ich sagen sehr heiß sehr heiß ok ich glaube jetzt wisst ihr auch gleich um was es sich handelt ja heute wir sind nicht beim frauenarzt im übrigen alter schwede guckt euch dieses alte gefährt mal an hier boah ok das ist ja mal ein mega aufenthaltsraum wir befinden uns hier nämlich in einem freudenhaus und zwar in einem sehr großen freudenhaus und das war anscheinend mal der gemütliche keller mit unterwäsche spielwiese und ganz 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 vielen sofas hier alter schwede die keller ist auf jeden fall wesentlich interessanter als gedacht ich habe jetzt überall noch spinde wahrscheinlich für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter hier hier ist noch ein brunnen ach du scheiße ist der tief könnt ihr das sehen leute komplett leer das ist ein alter brunnen das muss noch aus zeiten gewesen sein als dieses gebäude irgendeine andere nutzung zugeführt wurde als die letzte überall lichtunterwäsche absolut überall hier haben wir nur eine perücke ganz komischer alter stuhl aus einer empore draufgepackt ich will gar nicht wissen was hier für praktiken durchgezogen wurden hier ist ein aufgang in den ersten stock ich glaube wir nehmen da hinten ein bisschen wie im keller da waren es richtige spende anscheinend man das auch mal hier ich würde sagen für die gäste wahrscheinlich um ihre habseligkeiten abzugeben alles schon entscheidend sehr lange her auch das muss wir echt überall nicht nur im keller auch hier oben alles voll davon dieses kondom da unten gewährt und zutritt sozusagen zum zimmer nummer 6 erwartet ist das eine schwere tür ok ich habe bilder gesehen da waren die zimmer noch intakt durch das mal an leute macht mich das wütend alter was ist denn hier ganz ehrlich welche idioten machen so was die sind doch nicht ganz dicht aber ich muss sagen riechst du das riecht das irgendwie noch so nach dem parfüm oder nach der mischung ja das stimmt also dass hier alles aus bett verteilt wurde oder so haben wir gar keinen los bis hoch ist wirklich perfum angesagt und hier haben wir noch ein notausgang direkt versteckt hinter so einem schrank kann man sagen aber warum das hier aus welchem grund wenn jetzt hier irgendwas egal ist passiert dass derjenige direkt aus dem zimmer und weil die frauen ja vielleicht nicht angemeldet waren vielleicht warum hat man sowas in sowas oder wegen den männern die hierher kommen ich würde ich würde schätzen wegen den frauen wenn du hier dann so ein freier hättest der vielleicht handgreiflich wird dass die frau hier vielleicht muss ja erstmal schnell die türen aufmachen weil die kunden werden wahrscheinlich nicht wissen dass sie hinter das versteckt ist ein notausgang das wissen ja eigentlich nur die damen okay aber schon seltsam seltsam auf jeden fall gesehen habe ich es auch noch nicht ihr könnt ja gerne eure meinung in die kommentare schreiben also das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen hier in der tür steht jetzt lustland wohnhalle das klingt ja sehr interessant und in dieser lustland wohnhalle findet sich ein klo mit einem schild freiheit für frauen punkt 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 richtig aus granit richtig edel dieses schild und diese toilette wurde anscheinend wirklich schon lange nicht mehr benutzt da hängen spinnenweben runter die sind länger als ich das ist schon enorm hier an den toiletten hatte nicole gerade entdeckt sieht ja aus wie so ein thron hier aber hier ist diese ablage wo wahrscheinlich dieses schädchen mit geld drauf war und das heißt er dann scheint die klofrau oder klo mann gesessen und hier die toiletten geputzt das macht wirklich sinn hier sehen wir noch einen zigarettenautomat der versucht wurde aufzubrechen ich muss dazu sagen luka und ich hatten schon mal hier eine kleine nacht aus kunstschaft die nierung gemacht und da hing da drin noch so ein wie nennt man das kuhfuß oder so was wir hängen ja noch hier drin hier nebenan standen vorschlaghammer und die waren wahrscheinlich gerade dabei aufzubrechen wir schätzen wir haben die gestört und anscheinend sind sie auch nicht noch mal zurückgekommen uns zu vollenden weil der zigarettenautomat tatsächlich noch zu ist haben wir ja ungewollt eine gute tat getan würde ich sagen hier geht es jetzt in die schatzkammer die schatzkammer macht so den leichten eindruck eines überdimensionalen wohnzimmers muss ich sagen und ganz viele verschiedene arte von sofas hier so was leicht verspielt ist dein rosé gehaltenes edel ist dahin geschieht so eine art bett ist alles hier so kreuz und quer gemischt also kein klarer stil zu erkennen also so richtig mühe haben die sich aber hier auch nicht gegeben deswegen hätte sich doch normalerweise so ein stil ausgesucht edel verspielt oder weiß ich nicht was aber obwohl ich muss sagen ich es alles sind teilweise ja so auf alt also goldfarben da oben diese bordüre das ist auch die decke das sind doch post da dran genau da wo ich hier nicht alle zeigen aber irgendwie also ganz ganz komischer stil hier in der schatzkammer da wo der luca jetzt steht das scheint so ein kleiner stangentanz bereich zu sein ich stand jetzt auch noch tatsächlich da aber wer weiß wer das schon alles dran rumgefingert hat auf jeden fall hinten noch verspiegelt wundert mich eigentlich dass die spiel noch intakt sind weil ich werde euch gleich sachen zeigen die jedem den die location kennt richtig sauer machen wird richtig hier liegt schon das tatwerkzeug für manche dieser dinge die jetzt folgen ich mache das mal ganz langsam hier oh gott ich habe ich habe vorhin schon den ausdruck idioten benutzt ich kann auch sagen affen spinner will nichts verpieten müssen deswegen gehe ich mal auf die ganz harten sachen nicht ein aber die leute die sowas machen die gehören weggesperrt und das ziemlich lange sowas heißt halt kategorische zerstörung das war schon hier nach dem plan hier ist eine truppe durchgerannt hat sich mal eben alles hier zur brust genommen damit bloß kein anderer mehr diese location so vorfindet und ganz ehrlich diese art von leuten kann ich nicht leiden das ding das sah vor vier wochen noch richtig richtig gut aus und es reicht so eine kurze zeit und das total zu zerstören es kotzt mich an normalerweise müsste man auch zu denen nach hause mal einfach ja genau die bude auch mal so auf links drehen man 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 natürlich noch ein bisschen was was nicht zerstört wurde wenn man es von diesem kronleuchter absieht dass man wenigstens noch sehen kann was das hier mal war das war auch wieder so eine sitzecke vielleicht konnten hier die herren warten bis sie an der reihe waren was auffällt ist auch die ganzen stofftiere und so weiter klar gibt es auch spielereien aber es könnte auch ganz gut sein dass die prostituierten hier ihre kinder mitnehmen durften was heißt durften manchmal vielleicht mussten alleinerziehend und die dann irgendwo so einen speziellen raum hatten extra für kinder zum spielen wäre jetzt vorstellbar aber man kann es nur schätzen so was wir hier in der schätzkammer noch haben ist ein kamin das ist aber auch nur so für die optik sage ich jetzt mal ganz einfach und es sieht auch nicht mehr viel besser aus hier ganzen theken bereich haben die zertrümmert die lampen sind alle kaputt nichts steht mir in den regalen gar nichts gucken was ich noch zeigen kann hier also riesige spinnenweben überall in diesem gebäude und der theken bereich anscheinend wurde da öfters mal skippo und uno gespielt und deluxe um genau zu sein hier kommt man durch einen kleinen durch lassen hinter den ganzen bereich und jetzt auch alles zerruft die ganzen geräte anlagen alles ist hier rausgerissen ansonsten wir wie gesagt eigentlich noch alles da kompletter tresen gut außer zapfanlage aber wir haben ja vorhin auf dem zettel auf dem brief gelesen oder auf dem plakat war es genau dass die überhaupt keinen getränke ausschenken durften wahrscheinlich hatten die keine schanklizenz und die durften ja halt nur die gäste durften ihre eigenen sachen mitbringen und die konnten die dann hier in gläser füllen sozusagen warum keine schanklizenz keine ahnung zu teuer vielleicht gute frage gold sagte gerade ob sie vielleicht irgendwie so ein alarm gibt für beispielsweise überfälle oder wenn die frauen mal in not sind das haben wir gerade gesehen die sind auch so leuchten und so könnte natürlich auch eine getränke leuchte sein aber eigentlich müsste es in so einem lesen so etwas geben aber gesehen habe ich es tatsächlich noch nicht hier sind auf jeden fall noch unterlagen vom vierten zehnten 2011 für frau katharina h punkt ja das ist auch die adresse hier anscheinend hatte dieses etablissement eine besitzerin wie es aussieht ziemlich zerdepperten schaltkasten hier sind stehen alle zimmer drauf zimmer 8 tür zum boden zimmer 5 vordach das haben wir vielleicht irgendwas hier noch nicht entdeckt sabotage deckel kontakte komische sachen die hier drauf stehen hier unten haben wir sogar den panikknopf es gibt tatsächlich ein wurde anscheinend aber auch selbst dran montiert also jetzt nicht so fachmännisch aber wir haben tatsächlich gefunden zumindest geht es hier von dem tresen bereich in aber leute was ist das denn selbst gebaut aus hier ist so mit holz sonst hätte ich jetzt eigentlich gerade gesagt lager hier steht mikrowelle steht drauf sauber lassen anscheinend hatten die hier auf jeden fall schmutz fink der sich nicht daran gehalten hat und da musste was drauf geklebt werden das ist also das ist eine presseflasche also die gleiche luft die wir atmen die ist da in der flasche halt gepresst drinnen das hält dann so für das ist irgendein grund hat warum die hier stehen könnte ich würde sagen das ist fetisch kram feuerwehrmann polizist irgendwie sowas also das natürlich feuerwehr okay das habe ich jetzt gar nicht gedacht dass es stimmt also du siehst auch schon das richtig alt ist das ist das halt schon richtig alt auf der anderen seite kommen das ist hier wie als wenn das irgendwie festgemacht ist die hat hier auf jeden fall den richtigen platz hier neben meinem lager kann man anscheinend die mitarbeiterküche gehabt und sie wahrscheinlich die damen und wahrscheinlich auch hier die herren von der bar vielleicht oder so sich mal ein käffchen machen welchen kleinigkeit kochen stehen noch nie mal irgendwelche möbel drin richtig voll gesifter schrank da ist richtige fett spritzer sind da drin ist ja schon richtig eklig aus hier sind wirklich noch sachen drin tatsächlich ich glaube wir wollen gar nicht wissen dass das bringt glück sie haben wir auf jeden fall noch eine getränke karte champagner lust steht oben drauf da gab es auf jeden fall bier cocktails wiu klicquot keine ahnung 250 euro die flasche 330 euro die flasche alter schwele also anscheinend hatten die auf jeden fall mal eine ausschranklizenz irgendwann vielleicht haben sie die irgendwann verloren und nie wieder erneuert das wäre natürlich eine möglichkeit sage ich mal weil das steht alles nicht mehr in dem mehr schatzkammer mit dem tresen dann alles hier hinten in diesem küchen abstell bereich so was gibt es denn hier noch zu sehen selbst zusammengezimmerten bereich hier ja doch ein bisschen sehr merkwürdig aus was ist das denn ach nee das sind die kabinen für die frauen das hieß hier draußen konnten die männer hergehen und hier saßen die frauen hinter der scheibe und dann konnten sie sich die sozusagen aussuchen und welche man gerne gewisse zeit verbringt das ist ja irre was haben die alles selbst gebaut hier und das war dann sozusagen hier dieser flurbereich wo man dann hier an die kabinen gehen konnte hier steht häufig lohnt zwei minuten warten dann wusste man bescheid und dann konnte man sich so eine nicole aussuchen beispielsweise oder so ein luca aussuchen wenn man wollte und dann zack zack aufs zimmer so das war so we Drega, das ist von der Feuerwehr. Drega ist von der Feuerwehr. Das haben wir bei der Feuerwehr auch. Drega ist die Marke schlechthin. Vielleicht haben die ausgemusterte Sachen genommen hier extra für das. Stimmt. Ja klar, kannst du ausgemusterte Sachen. Also wahrscheinlich eher selten jetzt in der nächsten Zeit, aber das ist ein Atemschlussprogramm. Hier, das ist so ein Partikelfilter hier, Gasfilter. Ja, tatsächlich. Vielleicht wirklich ausgemustert und dann für gewisse Spielchen. Könnte ja sein, ne? Nicole hat gerade entdeckt, hier stehen Pfirsich, Aprikose und so weiter. Wir haben jetzt gerade gedacht, erst mal Getränke. Aber nein, es könnte sein, dass in diesen Kästchen, wenn man wirklich Kondome drin war mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen, also vorstellbar ist hier tatsächlich alles. So, hier ist aber Stefan jetzt. Du warst gerade oben. Ich war gerade oben, ja. Was warst du? Lohnt sich? Es gibt spannende Räume mit so einigen Sachen im Halt. Aber ich würde sagen, was soll ich mal überraschen, was es daraus zu sehen gibt. Ich hoffe persönlich, dass es nicht so schlimm ist wie unten hier. Aber ich wünsche dir trotzdem viel Spaß hier. Wünsche ich auch noch. Aber ein interessantes Ding haben wir hier unten entdeckt. Ja. Sei gespannt. Ich bin gespannt. Ich warte. Auf jeden Fall. Ich warte darauf, was ich meinen Zuschauern auch zeigen kann. Ja. Da haben wir jetzt noch einiges zu zeigen bekommen. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ja. So, hier im Stockwerk haben wir mehrere Zimmer, die hier abgehen. Oh je. Oh. Ja. Den hatten wir schon mal bekundet vor ein paar Wochen. Da war allerdings die sanitäre Einrichtung noch komplett. Aber es sieht immer noch wirklich mega aus, Leute. Guck mal, dieses Jacuzzi oder dieser Whirlpool mit den Spiegeln hier an der Seite. Und, was echt interessant ist, diese Stange hier in der Mitte und die Liegewiese, da wo Nicole jetzt steht. Also man konnte hier in dem Zimmer wahrscheinlich, ich würde jetzt sagen, vielleicht zu acht. Ordentlich Spaß haben. Vier hier drin, vier auf der Liegewiese. Eine vielleicht sogar noch am Tanzen. Irgendwie so könnte man sich das wahrscheinlich vorstellen. Aber leider auch schon wieder sehr zerschlagen. Wir haben anscheinend nicht nur ausgemusterte Kleidung bei der Feuerwehr mitgenommen. Man könnte schon fast sagen, selbst die Feuermelder sind auch aus Metall. Das sind ja richtig alte Dinger. Okay, bei dieser Holzdecke hier. Wenn das mal Feuer gefangen hätte, ich glaube, das wäre auch nicht sonderlich gut gewesen. Oh, Leute, das ist hier der krasseste Raum, den wir bis jetzt hier gesehen haben. Und das, weil es tatsächlich ein Raum ist, der den Namen Lost Place wirklich verdient hat. Guckt euch das mal an. Seht ihr das mit den Spinnenweben hier? Das ist... Boah, man muss aufpassen, wo man hier hintritt. Das ist ja der Wahnsinn. Als ob dieser Raum viel länger verlassen wäre als irgendwelche anderen. Das geilste Bild ist doch dieses hier. Das sieht man selten. Das ist echt der absolute Oberhammer. Schade, dass hier die Feuerlöscher überall ausgekippt wurden. Hier ist auch kein Bett mehr. Nur noch diese Matratze steht hier. Für hat die mal in der Mitte gelegen. Dann konnte man hier oben beim Akt in die Spiegel schauen. Oh, warte mal. Was haben wir hier denn? Im Namen aller Vergewaltigten besser Menschlichkeit leistet der Prostitution Vorschub als Unmenschlichkeit den Vergewaltigungen. Ah, deshalb fordern wir die Versetzung des Oberkreisdirektors. Oh, hier haben wir echt eine Petition gestartet. Die wollten hier den Oberkreisdirektor absetzen, weil der sich anscheinend nicht für die Prostitution eingesetzt hat und so weiter. Das ist für Vergewaltigungsopfer in der Prostitution und so weiter und so fort. Finde ich wirklich eine gute Sache. Also anscheinend haben die Betreiber hier es wirklich gut mit ihren Damen gemeint. Also das kann man denen wohl nicht vorhalten. Das finde ich echt lobenswert. Auch die Sachen, die wir unten gefunden haben gerade. Das deutet alles darauf hin. Also die haben wirklich ihre Damen hier gut behandelt anscheinend. Also das hört man selten und ich bin wirklich, wirklich begeistert, das mal zu lesen und zu hören. Hier geht es wohl in die Rezeption. Oh ja, sieht doch wirklich so aus. Und auch hier, das ist ja der Namelos Place, der passt hier sowas von, Leute. Das ist heftig. Diese ganzen Unterlagen hier. Hier wurden Zeitungsartikel, wurden hier teilweise gesammelt. Aus der Bar wurde ein eingetragener Verein. Prozess wegen Förderung der Prostitution. Oh Mann, hier liegt so viel Zeug rum. Hier steht noch was von der Strompreisanpassung zum 01.01.2013. Das alles deutet so auf 2013. 2014 hin so ungefähr. Ich glaube, das ist auch realistisch. Wenn man sich das alles hier so anguckt, dass das schon fast zehn Jahre leer steht hier. Mit Sicherheit. Was haben wir denn hier in der Rezeption in dem Schrank stehen? Stopp. Hier einbezogenes Oberbett mit Kissen. Nur für vermietete Zimmer. Für Schlafplätze bitte bei der Aussichtsperson fragen. Ah, da konnten entweder die Damen hier Zimmer anmieten, um halt hier ihrem Beruf sozusagen nachzugehen. Oder die Mitarbeiter konnten sich hier was anmieten. Vielleicht auch beides möglich. Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist die Zimmer Nummer eins. Da schauen wir doch mal rein. Ah, ich erkenne es. Hier waren wir vor vier Wochen auch drin. Hier scherzen wir noch wegen einem Overnighter. Das war genau deswegen. Aber hier sieht es noch sehr gut aus. Es riecht hier auch nicht besonders schlecht drin. Irgendwie eine Seife oder irgendwie sowas. Ja, hier liegt auch in der Dusche. Und wenn ihr euch das hier so anguckt, ist noch alles bezogen. Die Spiegel sind noch heiler. Hier ist der Flucht- und Rettungsplan. Ich muss sagen, das haben die anscheinend selbst gemacht. Selbst ausgedruckt und geschrieben. Sieht zumindest stark so aus. Hier haben wir eine vergoldete Dusche. Hier liegt aber noch Shampoo drin. Ja, und ein relativ großes Waschbecken. Auch komplett verspiegelt. Mit Tuchspender. Also auf jeden Fall kann man festhalten, das Zimmer, das hat irgendwie was. Oh, Leute, was eine Location, ey. Hat man ja jetzt auch nicht wirklich alle Tage. Wenn es manchmal etwas schlüpfrig wurde oder komische Ausdrücke verwenden mussten, tut es uns leid. Es ist nicht anders möglich gewesen hier drin. Auf jeden Fall war es interessant, auch wenn es leider nicht mehr so aussieht wie vor vier Wochen. Was wir sehr schade finden. Aber es gibt halt immer solche Idioten. Was willst du machen? Ja, Stefan führt noch zu Ende und dann, wenn wir zusammen mit Luca wieder rausgehen zum Auto, zur nächsten Location fahren und wir sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonieren nicht vergessen und die Glocke. Und bis zum nächsten Mal bei Urbex Stories, Unknown Explorer oder Urban Discovery.